Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin genauer an und einige Verkehrsmittel. Wo steigst du aus? Ich steige aus dem Auto aus. Oder ich steige aus dem Auto. Wo bist du? Ich sitze in der U-Bahn. Wo steigst du ein? Ich steige in den Zug ein. Ich sitze auf dem Platz 15 oder auf Platz 15. Und noch einmal. Wo steigst du aus? Ich steige aus dem Auto aus. Wo bist du? Ich sitze in der U-Bahn. Wo steigst du ein? Ich steige in den Zug ein. Ich sitze auf dem Platz 15 oder auf Platz 15. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich bin dabei. Und wer ist die Liebe? Ich sitze auf dem Platz 15 oder auf Platz 15 oder auf Platz 15. Ich bin da. Ich suche in der ersten� entendeu. Ich mache dieavirus 태태g. Ich k auguste den Zug ein. Ich komme mit dem JJ den Zug ein. Beruf bin ich ihm. doch holt mich beim testing. Woher? Woher, wo und wohin? Das Café, in dem ich sitze. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Wo bist du? Ich esse im Café. Zum Beispiel einen Kuchen. Wo bist du? Ich esse im Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Ich bin im Café dort. Das heißt, ich bin im Café, das dort ist. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme aus dem oder vom Café. Wo bist du? Ich bin im Café. Wohin gehst du? Ich gehe ins oder zum Café. Ich bin im Café dort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und halt es. Bis dann. Ciao. Hallo. In diesem Video sehen wir uns das Perfekt an. Setzen wir ein. Hat er gelitten? Hat er dir zugeworfen? Hast du es gehört? Hat er die Tür geöffnet? Wer hat es gestrichen? Wie hat es gerochen? Hat er dich getreten? Und noch einmal. Hat er gelitten? Hat er dir zugeworfen? Hast du es gehört? Hat er die Tür geöffnet? Wer hat es gestrichen? Wie hat es gerochen? Hat er dich getreten? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ciao. Hallo. In diesem Video sehen wir uns welcher und dieser genauer an. Welcher Zug? Dieser Zug. Welche Lage? Diese Lage. Welches Gedicht? Dieses Gedicht. Welche Änderung? Diese Änderung. Welcher Punkt? Dieser Punkt. Welcher Lehrer? Dieser Lehrer. Welche Bar? Diese Bar. Welche Dinge? Diese Dinge. Welche Angst? Welche Angst? Diese Angst. Welches Interesse? Dieses Interesse. Und noch einmal. Welcher Zug? Dieser Zug. Welche Lage? Welche Lage? Welche Lage? Welche Lage? Welches Gedicht? Welches Gedicht? Dieses Gedicht. Welche Änderung? Diese Änderung. Welcher Punkt? Dieser Punkt. Welcher Lehrer? Dieser Lehrer. Welche Bar? Diese Bar. Welche Dinge? Diese Dinge. Welche Angst? 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 Welches Interesse? Dieses Interesse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich hatte Glück. Ich bin ja. Metat. uerg ici. ESPftarant. Vielen Dank.